jetzt müssen wir erst mal was essen und trinken du kannst die drücken die ist normal die gehen kaputt wenn nacht ist unser feuer ja auch du kannst bei jeder stelle auch bei jedem schlafplatz weil du ja den server host ist da hast du snacks und dosen und schiff ist schnell laufen was hast du schon gemerkt das kann ich jetzt mal kurz angetestet sehe ich denn schick aus hier im spiel hast du gewahrten soll ich mal so das fertig dann brauche ich weiterhin noch nicht ich habe du hast den hunger ich muss jetzt mal was essen als gleich letzte stämme hierhin gedonnert habe dann brauchen wir so ein wasserspender bett brauchen wir bett ist das größte problem wegen wegen kann man hier eigentlich irgendwo was wie kann ich ein fleisch kochen auf dem feuer legen einfach rausnehmen aus dem inventar und aufs feuer legen hast du denn fleisch ja natürlich du nicht da habe ich das feuer ausgemacht macht er wieder an feuerzeug oder oder das komplett kaputt gemacht okay das ist wenn man zu viel rumspielt ist das haus fertig ne immer noch nicht haben wir kein bombstamm mehr hier oder was war noch eben voll viele noch da alter ist das anstrengend ach das geht gleich das ist schon ein guter anfang wenn wir wenn wir das los da dieses baumhaus fertig haben dann können wir da sind wir immer safe vor denen doch da können sie nicht rauf oder nein da können wir einfach ein stück weg das ist richtig genial ich krieg den scheiß baum hier nicht gefällt willkommen kloppe ich auch nicht so aber weil ich keine kraft mehr habt muss unbedingt was jagen ist gelaufen hin und her ist auch macht nicht fertig also ich baue da gleich erstmal weiter wir brauchen so ein schildkröten ding zum wasser sammeln wir brauchen essen und trinken ja den habe ich eingesammelt alles gut wir brauchen ja essen und trinken ja toll alles klar dann brauche ich hier so ein wasserspender hin b wo ist der war dass der schon ja da zack ja 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 ein ja wo ist denn das? was suchst du denn? ich geh erstmal rein, ich mach hier drin das bett hin, dafür brauchen wir scheiß kaninchen feld aber erstmal hinkriegen 1 wie jahren ich habe kleine steine über die gebrauchte kleines bett hier ist ein seil ich habe zehn kleine steine du kannst ja auch mal eine zwille basteln wie war ich das? das war mal b war das nicht? nee i inventar ja und dann habe ich jetzt das richtige hier überhaupt sich der bau ich hoffe immer ja ist das ein bett oder was? inventar ja und dann brauchst du klebeband ein seil glaube ich und stock noch mal stock und klebeband rein klebeband habe ich aber ich habe kein seil aber die tücher hast du? da kannst du ja wenn du... nee die tücher sind auch schon verbraucht ich habe irgendwas davon mit gebastelt worden damit müssen wir gleich tücher sammeln ich muss erstmal eben hier ein bisschen... oh hier ist ein Reh toll drüber ich kann das nicht mit dem zielen was haben wir denn da brauchen wir noch diese scheiße noch fünf holz und vier mal kaninchen feld das ist echt ein problem mit diesem scheiß kannickeln aber hier waren voll viele vorhin bist du am luden da ja ich bin in der dorfte also hier ist ja okay und tote noch ein tote und Reh ach mensch nicht bi inventar geht das auch nicht hin der ist irgendwie so zu verknüpfen ich suche jetzt kanninchen hier und menschen rennen auch nicht weg schwer kanninchen ist auch nicht wo man das irgendwie sehen muss ganz knapp aber ich glaube so langsam kriegt den bogen raus ich kann das eher tot trampeln als erschießen du so was hast du besorgen soll das da und krisen alter ich habe kein nickel mal den 1 habe ich jetzt muss ich bloß sagen wie ich jetzt will du kannst wenn du einen stock rein packst als beispiel dann gehst du den stock in die mitte mit rechten taste auf das tun dann gehst du mit der maus einfach auf dieses zahnrad und dann steht da was für möglichkeiten gibt zu bauen da brauche ich stoff fetzen und klebeband nichts anderes ja ist ja gut ich höre nessi du auch oder hat es sein fern oder mit zu zahlen cool so hässlich auch wie muss ich nachladen mit der linken maustaste kannst du laden hier ist ein kaninchen ich muss mich mal eben konzentrieren wille mit der linken taste kannst du den stein rein tun und die schwille nach hinten ziehen und dann muss das vieh ungefähr zwischen den beiden also mit eine gabel seien so ungefähr ich habe zwei schon also dann habe ich auch fleisch mache ich mal ja ich muss ja noch ein feuer brauchen wir ja noch wo machen wir das hier in der ecke da drin hier drin warum nicht ne alter mobil 8 da sagt hier ich ich mache da drinnen feuer 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 zack da wollte ich aber was anderes hinstellen eigentlich den trocken ständer draußen man draußen feuer machen ist ein bisschen doof wenn man dann zu diesem bruder hin will weißt du wenn das feuer brennt verbrennt man sich hier egal zwei steine fehlen noch zwei steine noch jetzt will es echt geil das habe ich nicht gewusst vorher irgendwie hat sie mit uns geredet eben ja habe ich auch gehört jetzt wird die auch sagen ich habe zu already we need for for the bed glaube ich das ist mir zu kompliziert hier wie weiss das in englisch gesammelt da einfach ignorieren was fehlt noch was fehlt noch also zwei heute haben wir drauf zwei holz zwei stein stein habe ich geholt feuer ist fertig ich mach mal an e feuer an zack und dann habe ich jetzt essen habe ich da wie zack lege ich mal drauf mit c oder wie so ich brauche aber trinken auch schildkröte kann auch nach oben man theoretisch hast du ein kaninchen schon gekriegt nein nein ich mache hier gerade blödsinn wir brauchen noch zwei kaninchen das können wir nicht kennen ja ich brauche mir gerade nachts okay das ist auch gut wie kann ich eigentlich das zuweisen dass das links der taste 1 ist oder so gott hast du zwei ja das geht irgendwie den rucksack in der mittel stellen aber ich habe da eben auch immer keinen erfolg gehabt so jetzt verstehe ich das kombinieren das ist das ding zu sehen kann man da nicht mehr aufs dach jetzt oder was ist ja scheiße diese kombiniert dach auch bin ich doch jetzt hast du noch schildkröte was habe ich denn hier ich habe ein schädel ich habe schildkröten fleisch oder so wir brauchen noch zwei schildkröten oder so für oben dann haben wir da noch wasser ok guck ich mal ob ich schuldkröten hier auf dem strand für das wichtigste werden jetzt die kaninchen mit abstand ok dann gucken wir mal nach kaninchen so jetzt wohl raus holen daher haben sie schon kritik von ja okay die muss aufs dach hier dann wollen wir ich mache hier oben auf dem dach mache ich hier oben so ein bisschen unser vorratslager weißt du du brauchst auch diese längeren stecker nach du kannst auch sagt klettern ich habe extra noch mein fleisch scheiße ich kann nur einste zeit tragen ich habe da so ein poller hingesetzt und dann von da auf diese schildkrötenpanzer und dann aufs dach ach so jetzt versteht das fertig muss noch da jetzt wieder der schildkrötenpanzer den habe ich da hinten und die federn wenn du federn siehst immer einsammeln du brauchst fünf federn für eine feine für den bogen weist hast du schon zweifelkrötenpanzer okay wir brauchen noch rabbits hast noch keine nein neulich schildkrötenpanzer we need to more rabbits wie sprichst du mit kuh ja okay ich habe hinten welche gesinger aber ganz verhaufen alter die zwille macht den komischen exe hier mit einem stein tot das ist ja ich habe da hunderttausend mal das ist ja echt geil das ist echt genial soll nicht irgendwo lagerfeuer ja in dem hausboot okay weil glaube ich muss mal was machen ja so du hast gesagt rausholen und dann macht man zähler aus ja genau wenn das fertig ist ganz wieder rausholen oder wie ist das ja das dauert acht minuten oder irgendwie sowas dauert ein bisschen und dann kannst du damit essen aber ein essen ist bist du voll ach du scheiße ich habe ja nichts zu essen nicht zu trinken mehr weil ich habe erst reingekloppt drei stück und ich brauche dringend trinken es war es aber nicht fertig ich kann mal zum essen ganz mal gucken ich habe nur kohle wird fertig ich dachte der andere hätte noch zwei rabbits der ist ja noch nicht gekommen jesse ist noch nicht gekommen auch die machen aus der die das ne keine ahnung ich würde sagen die weil das hört sich doch vorbieren hast du das hingekriegt mit mit den verknüpfen von einer zwille oder sowas was soll das muss ich mal ausprobieren stimmt mache ich auch mal ein rucksack in der mitte ja das weiß ich rucksack in der mitte und was die verknüpft haben willst so ausrüsten entfernen alle entfernen keine ahnung hat ich noch mal alle entfernen was denn dann das ist g entfernen alle entfernen wie auch zur mitte raus ach so kombinieren ach so jetzt habe ich es irgendwie da so kombinieren achs alkohol so da medizin alkohol brauchen wir auf 2 22 ach du scheiße hast jetzt die rebels weil es wird dunkel kombinieren alkohol flugzeug hat denn nein habe ich nicht aber wir haben doch noch aber ich glaube sie hat gesagt dass die was wir haben ja auch ein zelt daneben noch was brauchen wir noch ach so das fleisch ist fertig mehr oder das könnte fertig sein ja du musst auch gleich was ist nicht auf dem kohle 1 habe ich mir jetzt mir von bei der stück reingekloppt ich habe von ihr allerdings habe ich gesehen was hast du gesehen vorhin habe ich denkst du hier hasen gesehen aber ich sammle hasenfell ja zwei stück fehlen mir noch die kann man so wie du kannst du kannst mit dem hasenfell ihren köcher machen noch weil der bogen ist wohl so mit die beste waffe am anfang finde ich neben der axt ist auch ein flugzeug ja nachts kommen die anderen dann so langsam da müssen wir ein bisschen auf wachsam sein jetzt kann ich jetzt nichts nachts mehr oder ich habe stöcke jetzt geholt ich brauche noch neun stück okay weil wir das scheiße dunkel stöcke brauche ich auch noch 11 lamp ich brauche noch was zu essen 1 ich habe das immer noch nicht kombiniert gekriegt hier stöcke brauche ich auch das war ein guter hinweis du aber das ist ja cool dann haben wir dann haben wir ein floss schon fast fertig jetzt richtig geil ist das ich habe nur nichts mehr zu trinken das muss regnen schlafen können wir noch nicht könntest gleich nochmal hier safe martin mit c also jetzt muss mal zu deinem haus da kommt nicht oder wo ja zu einem haus ach das geht das hier auch ist das bett fertig ja irgendwie jetzt geklingelt dann hat es auch fertig very good thanks a lot so jetzt helfen oder was haben wir feuer haben war das lieb können wir machen hast du nicht noch so ein schädel irgendwie gehabt oder sowas ich habe ein schädel ja noch eine schädel lampe machen also ich bin jetzt erst mal schlafen gegangen ich gucke mal eben nach schädel lampe hier ist gut das war 6 wir haben auch fleisch das kann ich auch noch einschmeißen kann das fleisch nicht verbrennen ja das kostet flüssigkeit ich habe übrigens nichts mehr zu trinken also ich bin jetzt langsam auch allerdings soll hier hunger kriegen durch die baumstamm regalen gebaut sehr gut sammel baumstämme ja und dann schlafen war so ich sollte mal vielleicht die zähne machen dann habe ich nichts mehr zu trinken bekomme klopfe ich auch nicht steckt so sonst wenn tagesanbruch ist martin dann gehen wir zu einem fluss oder oder bach oder irgendwas und trinken dass alle wasser da scheiß drauf das ist ein bisschen gewiss ein bisschen baller baller wenn du das immer machst okay sleep and safe fertig so ich bin schlief okay number one sleep normal einst lieb und lieb jetzt sind wir nur zu zweit sie ist weg echt war nochmals lieb ja nochmals lieb ich weiß warum nicht warum den aliens da ich fast gesagt sie hat uns noch noch was da gelassen hier eine ganze menge ganz lieb ist aber wieder da komisch etwas weg was sogar extra haben wir unseren scheiß ja aber kein wasser z marie ja so hier gerade da ist z nummer 3 ich mach mal c für self machen wir auch bitte so habe ich jetzt gemacht okay müssen alle gleichzeitig zählen ja ok wo sie denn oben wo oben I can we sleep now 1, 2, 3. Wunderbar, wunderbar.